Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Skinspotlight von Wer ist der glücklichste? Ich bin Pot-O-Gold Fafnir Der Cartoon-Drache dieses Mal Diesen Skin bekommt man aus Ich glaube der Oster-Chest? Ich glaube Müsste ich nochmal nachschauen Fällt dir gleich an uns zeigen Also halt aus dem gleichen Chest in der man schon In der man schon In der man schon den Loki-Skin bekommen kann Also 400 Genesis-Bloch waren Zack Okay Ähm Ich brauche mal kurz Cooler Reduction Oh gut Something worth while Keine Ahnung Ich sollte vielleicht Schuhe kaufen Das wäre eine Idee Okay So Done But are you good with riddles? This may be a shillelagh But I promise you it hurts Did you just call me short? I'll show you mischief If you sing me a good song I might tell you where my gold is But are you good with riddles? How to catch a leprechaun Step one Give up Step two Give up I'm a little leprechaun Short and stout Take me gold And I'll burn down your house Oh So you want to get lucky? Don't we all laddie? I'm a little leprechaun Short and stout Take me gold And I'll burn down your house Da kommt das zu eins Da ist halt so goldeffekte Wow Sieht lustig aus Also erstmal vielleicht die Autotext und wäre vielleicht die gute Idee das ist ein bisschen kleeblatt vierblättriges kleeblatt dann kommen wir zur zwei hat er sie auch schon im mund? ja hat er die pfeife dann wollen wir zum jump kommen ich hatte so nen regenbogen das sieht cool aus, das ganze ist wirklich cool gemacht es passt auch total gut zu faffen hier wegen dem gold und so ja, ein regenbogen halt dann kommen wir zur ulti in den drachen veranderung wow ähm, können wir mal kurz können wir mal kurz darüber reden also das ist voll jetzt oh, das sieht richtig cool aus das kann doch eigentlich etwas erkennen als das andere dann kommen wir zur eins ich muss mal ganz kurz noch aufleavenen damit ich meine ulti und nicht länger habe sorry für euch dann, zweimal ok, gut, ja, ist schon mal leid, das ist jetzt irgendwie, ist um einiges besser wir sehen wenigstens nochmal das wann denn erstmal sehen wir die Skift das ist feier das sieht sich wirklich cool an das ist halt so kartoniger Stil erstmal POLltips you better watch it i'm mean and green oh, you think i look funny do ya Das war's, das war's, das war's. Ah, wie cool! Okay, dann kommen wir jetzt mal zu 1. Da ist er, also Cartoon, das ganze. Ach, das Drachenauges ist ein bisschen schwer. So, der Jump. Ach, dieses Mal nicht, dieses Mal ist nicht mehr das, ähm... Äh, noch mal kurz jumpen. Okay, dieses Mal ist wirklich ein Trägendum da. Ähm... Dann wollen wir das Wolfpack gehen, hier. Yippee! Fantastic! Why aren't you a bugger mischief? I'm the fortunate one! W-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O vom Pfeiljumpkin dann gleich in der Drachenform noch mal und dann würde ich den Unterschied sehen das ist ganz cool also würde ich Pfeiljumpkin gerne stehen dann würde ich mit dem Zwingen zerbrechen say bye bye the little nice guy hey my god is looking like a man in this ich hoffe es in 30 Sekunden in this yeah watch it I'm me and Kree so wondering it is impossible to hide and I know you're this big it doesn't count when I'm in the dragon form so he just cried ha 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 pathetic okay Finde ich cool. Da haben wir schon zwei, haben wir schon gezeigt. Oh, just a little longer. Dann nochmal so, backporten. Okay. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Oh, gut. Good luck to you. Have a jolly time. How's about you? I bid you farewell. Shish. Oh, Fiddlesticks. Oh, Fiddlesticks. Most unfortunate. Whoopsie-doo. Well done, everyone. Why aren't you a bugger mischief?